Er saß ganz allein an der Theke, ein Bild von einem untreuen Mann. Sie warf Münzen in eine Jukebox und lächelte ihn dabei an. Er fragte sie, bist du auch einsam? Komm, wir gehen zu dir heute Nacht. Sie schaute ihm tief in die Augen und sagte, mein Freund, gib gut Acht. Suchst du Gold, geh in die Berge, suchst du Silberschlags irgendwo raus. Suchst du den Himmel, dann liest die Bibel, doch suchst du Liebe, dann geh nach uns. Suchst du Gold, geh in die Berge, suchst du Silberschlags irgendwo raus. Suchst du den Himmel, dann liest die Bibel, doch suchst du Liebe, dann geh nach Haus. Dann berührte sie seinen Goldring, sagte zu ihm, sei klug, geh zu ihr. Denn du würdest so vieles verlieren, gingst du heute Nacht mit mir. Doch sie schaute ihm tief in die Augen, denn sie dachte, was macht es schon aus. Ein Abenteuer, doch er sagte, danke, du hast recht, ich gehe nach Haus. Suchst du Gold, geh in die Berge, suchst du Silberschlags irgendwo raus. Suchst du den Himmel, dann liest die Bibel, doch suchst du Liebe, dann geh nach Haus. Suchst du Gold, geh in die Berge, suchst du Silberschlags irgendwo raus. Suchst du den Himmel, dann liest die Bibel, doch suchst du Liebe, dann geh nach Haus. Suchst du Gold, geh in die Berge, suchst du Silberschlags irgendwo raus. Suchst du den Himmel, dann liest die Bibel, doch suchst du Liebe, dann geh nach Haus. Und wenn du den Himmel, dann liest die Bibel, doch suchst du, Liebe, dann geh in die Berge, suchst du myths und die Bibel. Vielen Dank.